Was mir eher Sorge macht, ist, dass wir schon mit ein paar Standortnachteilen kämpfen in Deutschland. Und das ist eben diese überbordende Bürokratie und das völlige Unverständnis für pragmatisches Vorgehen. Also wenn du siehst, wie viele Vorschriften unsere Unternehmen heutzutage schon zu beachten haben und wie viel Zeit die damit verbringen. Und das zweite Thema ist sicherlich das Thema nicht nur Fachkräftemangel, den haben wir ja weiterhin, auch in Zeiten einer, wie man jetzt leider schon sieht, ständig leicht steigenden Arbeitslosigkeit. Es ist nicht nur Fachkräftemangel, es ist auch die Motivation. Die letzten zehn Jahre war ein Schlaraffenland für die Wirtschaft und auch für viele Arbeitnehmer. Diese Zeiten, die sind jetzt vorbei. Und wenn das verstanden wird, bin ich mir sicher, die Deutschen werden die Ersten sein, die das in die Umsetzung bringen und wieder den Ehrgeiz entwickeln, aufzubauen und die Besten zu sein. Das ist nicht nur Fachkräftemangel, es ist nicht nur Fachkräftemangel,